Hallo YouTube, hallo Mietspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frey Zockt, Prison Architekt in der Alpha 12. Wir befinden uns hier beim großen Geldverdienen, was wir hier gerade sozusagen vorhaben, indem wir hier jede Menge Zeugs produzieren. Keine Ahnung, wann geht die zweite Produktionsrunde eigentlich los? Nietz sieht schrecklich aus, da gibt es Leute, die haben ein echtes Problem. Wahrscheinlich haben die kurz in Einzelhaft gesessen oder so und konnten sich nicht hier um ihre Bedürfnisse kümmern. Ich hoffe, die machen das jetzt mal langsam. Nicht, dass diese Roten uns hier völlig verrückt werden, ausrasten und die Bude zu Bruch hauen. Irgendwie tun diese durchgedrehten Heinze da nichts tun, wenn ich das richtig sehe. Die machen nichts dagegen. So, aber gleich ist der Worktime. Da können wir mal zusehen, wie die wieder alle an die Arbeit rennen. Und das ist lustig. Wir sind gerade mit minus 2 in der Miese. Das ist nicht schön, das ist gar nicht schön. Das bedeutet nichts anderes, wie wir kriegen ein Metalllieferproblem. Also das Metall hier ist wohl das letzte, was wir dann so haben. Ich hoffe, dass die hier noch fleißig arbeiten jetzt. Und dass die sich hier untereinander austauschen, das ist mir wurscht. Dann sollen sie halt. Können nächstens den Eingang ein bisschen breiter machen. Mir ist übrigens auch eine geniale Idee gekommen. Also wenn wir hier irgendwo eine Trennmauer reinziehen und die hier unten weitermachen. Und das alles als einen Raum definieren. Und das hier als Raum definieren. Und das hier als Raum definieren. Dann haben wir drei Werkstätten nebeneinander. Was 60 Leute betrifft, die dann da arbeiten könnten. Und wäre ja auch nicht verkehrt, das mal so zusehen. Und sollen sie eben untereinander austauschen, ist mir ja egal. Vielleicht könnten wir die Tür hier noch dauerhaft aufmachen. Dass die, die nicht immer aufmachen müssen, das bremst die ja ein. So können sie einfach durchlaufen. Vielleicht könnten wir dann auch noch, achso wir sind ja pleiter, geht ja nicht. Naja, wir produzieren auf jeden Fall ganz schön heftig. Und ich hoffe da, dass da ganz schön viel Geld zusammenkommt. Damit sich das hier auch richtig lohnt. So, wie sieht es aus mit den Needs? Das ist immer noch einer, der kräftig Probleme hat hier. Wenn ich mir das hier so angucke, ähm, fleißig, wie die Jungs da arbeiten. Dumme ist, es kommt kein Material mehr nach jetzt. Jetzt ist Schicht im Schacht. Und die müssen noch zwei Stunden. Ja, und die Sägen arbeiten im Prinzip nicht mehr. Das ist blöd. Das ist richtig blöd jetzt. Ich glaube, es gibt noch eine Säge, die arbeitet. Der Rest produziert nur die gesägten Dinger da ab. Und das ist saudumm. Um es mal auf Deutsch auszudrücken. Hm. Ich kann es kaum erwarten, bis nachts 12 Uhr ist. Dann geht es hier mal wieder richtig in die Abrechnung. Dann ringelt und dingelt das Ding hier. Das soll man da nicht glauben. Oh, oh. Es gibt langsam Stress. Wo sind Needs offen? Wer ist das denn, der hier Probleme hat? Ich würde den gern mal sehen. Kann man das nicht irgendwie machen, dass man sieht, wer hier Probleme hat? Wer hier Stress hat? Wer dieser eine Prisoner ist, der diese ganzen Probleme hat? Dass er nicht schlafen darf? Dass er kein Essen kriegt? Dass er keine Hygiene hat? Wir haben so viel Freizeit. Der muss doch an der Zeit das mal schaffen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Das kann doch gar nicht sein, sowas. Oh, äh. Wir hatten einen Escape. Wann hatten wir denn bitte schön einen Escape? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, wann wir einen Escape hatten. Das mindert natürlich unser Gefängniswert enorm. So, was haben wir hier sonst noch? Ja, 800 am Tag ist nicht gerade viel. Jetzt bin ich aber verwirrt, Freunde. Hier, wieso hatten wir einen Escape? Das ist dicht, das ist dicht. Das ist doch alles dicht hier, wo man raus kann. Irgendjemand hat mich gefragt, was dieses Unlock hier bedeutet. Also ich habe das noch nie ausprobiert, aber wenn ich das richtig einschätzen müsste, würde ich sagen, damit kann man dafür sorgen, dass Türen nicht verschlossen sind. Das heißt, man kann Türen schließen, aber die latschen einfach durch, glaube ich. Aber wenn wir einen Escape hatten, ist das der Typ, der dann hier Probleme macht? Ist das der hier, der escaped ist? Das wäre natürlich dann auch bescheuert. Ist der noch hier irgendwo? Vielleicht können wir den ja noch verhaften. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn der hier irgendwo auf der Karte noch rumstehen würde. Ich hatte ja schon so einige Sachen, die auf der Karte hängen geblieben sind. Also in Offscreen spielen. Scheinbar nicht. Scheinbar ist alles okay. Also jetzt steigt es wieder. Jungs, das wird doch für euch gesorgt. Warum macht ihr denn so einen Stress? Kümmert euch um eure Familie. Geht schön duschen. Zieht euch frische Klamotten an. Hockt euch ein bisschen hier auf Stühle, was richtig Komfort bedeutet. Und da haben wir jede Menge Alarme. Jede Menge Alarme. Ach du lieber Himmel. So, Food wird jetzt abgebaut. Jetzt kommen die Essen. Geht alle Essen. Hopp, 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 hopp. Schnell. An dem sein Problem hier. Der wird bald entlassen. Das ist cool. Wieder ein paar Idioten weg. Das machen hier ganz viele, ganz viel Komfort. Weil sie einfach sitzen bleiben, ohne dass sie noch was zu tun haben eigentlich. Warum gehen denn hier so viele Alarmteile los? Ich verstehe das nicht. Die wurden noch alle durchsucht. Jetzt piepsen sie schon wieder da durch die Gegend. Und irgendwelche anderen haben nichts gegessen. Keine Ahnung warum die nichts gegessen haben. Aber sie haben einfach nichts gegessen. Und das macht den Stress. Machen wir nochmal einen Shakedown. Einfach nur so. Weil es Spaß macht. Und weil es vielleicht den einen oder anderen dazu bringt, weiss zu werden. Und damit aus der Bedrohung der Anzeige komplett rauszufallen. Vielleicht führt es aber auch dazu, dass irgendwelche Gefangenen in Amok laufen. Ich habe keine Ahnung. Tja, einer hat nichts gegessen. Einer hat, also wir haben einen Gefangenen, der ein massives Problem hat. Und wir wissen nicht warum, weil wir nicht wissen, wo er steckt. Und das ist ein richtiges Problem. Na ja, warten wir es mal ab. Mal gucken, was der Shakedown bringt. Mal noch haben sie nichts gefunden. Ich glaube auch nicht, dass sie was finden. Gefangenen sind mittlerweile sehr, sehr geübt, was das angeht. Manche schaffen es auch immer dort zu sein, wo gerade kein Polizist ist. Ist ja echt ein Drama. So, wann ist denn der Tag rum? Wir brauchen Kohle, Geld, Bares, Schotter, Asche. Was gibt es noch für Ausdrücke? Zwei, vier, sechs. Hm. Ist nicht viel. Oh, Outdoor-Safe. Ich liebe diesen Outdoor-Safe. Ach du lieber Himmel, 27 neue Gefangene kommen. Habe ich die wirklich geordert? Oder ist das ein dummer Zufall? Nee, ich glaube, ich habe gesagt, die sollen mal kommen. Gehen ja auch wieder Leute. Naja, so verkehrt ist es gar nicht. Ich meine, wir haben noch 15 Zellen frei. Und zehn Betten sind schon 25. Und wenn dann noch der ein oder andere entlassen wird, dann haben wir 27 Dinger frei. So, und die haben scheinbar nichts gefunden. Das ist krank, ey. Was haben wir denn für ein Knast, dass wir nichts finden? Aber die Leute dennoch die ganze Zeit hier aufruppen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt wohl Leute entlassen. Das ist auch gut so. Immer weg mit denen. Abschluss habe ich dem Typ, der escaped, ist auch noch hier die Hütte aufgemacht. Würde mich auch nicht wundern. Aber da steht Released. Und die schließen ihn ja auch auf. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich habe auch keine Meldungen gekriegt, dass irgendeiner entkommen wäre. Stand nirgendwo was. Dieser Brief geht mir auch auf den Keks. Der kommt jedes Mal wieder, wenn ich neu lade. Was haben die denn schon wieder für Needs? Achso, Schlaf. Schlafbedürfnis. Ja, da bleibt wahrscheinlich wieder einer übrig. Wegen dem treten sie uns dann am Schluss die Bude zusammen. Und wir wissen überhaupt nicht, wo der Typ steckt. Geh mal da rein, gucken, ob der da drin irgendwo ist. Vielleicht ist der da hinter der Tür und keiner kriegt es mit. Geh du mal hier raus, bitte. So, da kommen die License Plates. Und wow. Ja, mal schnell 15.000 da zusammen verdient. Krasse Show. Wirklich krasse Show. So, dann machen wir gleich ein paar neue Objekte hier hin. Peng, peng. Und ich bin wirklich am überlegen, wo müssten wir denn? Bis hierher müssten wir sozusagen. Das heißt, ab hier kann ich eine Mauer ziehen. Also hier. So, dann machen wir hier eine Tür rein. Am besten einfach eine stinknormale Holztür. Am besten noch ziemlich weit oben. So, dann machen wir hier unten noch eine Mauer hin. Beziehungsweise saß hier überhaupt erst mal die Frage. Wo haben wir denn hier die 240 zusammen? Wow. Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das kann doch nicht sein. Doch, das sind die 240. Krasse Geschichte. Hatte ich wohl schon ausgemessen. So, hier noch eine Mauer rein. Dann können wir die Wand hier abreißen. Die Wand hier auch. Da ist ja eine Holztür drin. Keine Ahnung, warum die eine Wand gebaut haben, wo eine Tür sitzt. Aber okay. Öfter mal was Neues. Da haben wir sieben. Da haben wir acht. Also da haben wir mehr reingekriegt wie hier, weil es länger war. Dafür ist es ein Feld schmaler. Das ist krass. Da müssen wir sich wirklich mal Gedanken machen. So, dann können wir das eigentlich alles hier mit Mauern einfassen. Coole Sache, das. Ist da jetzt eine Tür drin oder nicht? Bring mal den Müll da weg. Ich will das jetzt sehen hier, ob da eine Tür drin ist. Nö. Die haben so geschrottet, die Tür. Also unglaublich. Diese Arbeiter, die kosten mich noch meine ganzen Nerven. Weil die Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Und andere Dinge tun sie nicht, die sie machen sollen. Also seltsam. So, dann ziehen wir hier noch eine Mauer runter. Und hier noch eine Mauer rüber. Und dann können wir da auch noch eine Holztür reinmachen. So. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht am Ende. Nächstes, was wir jetzt mal machen, ist erstmal hier Räume definieren. Ich kann mal wissen, kann ich die Dinge eigentlich auch hochkant stellen? Na, die kann ich nicht drehen. Warum auch immer, ich kann sie nicht drehen. Aber die Tische könnte ich drehen. Oh oh, die gehen schon wieder duschen. Das ist nicht gut. Das geht eindeutig alles viel zu schnell. Machen wir mal hier, äh, wieso machen die den Tisch nicht weg? Machen wir einer den Tisch da weg. So, dann machen wir nämlich hier noch eine Säge hin. Hier noch eine Presse hin, dass wir ein etwas gleicher haben, was wir hier oben haben. Müssen wir das hier noch mit Strom verbinden. Dann können wir sogar noch einen Tisch hier oben dran stellen. Macht sogar einigermaßen Sinn. So, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, hier machen wir ein Dach drüber. Müsste ich anders machen, glaube ich. Müsste ich so machen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal richtig gespannt. Außerdem müssen wir mal gucken, hier, äh, Deployment. Wegen den Jobs. Ach du lieber Himmel, wieso kann ich jetzt hier keine Jobs mehr vergeben? Die Werkstätten müssen produzieren. Ich hoffe, dass das relativ flott jetzt geht, dass wir hier die Werkstatt wieder als Raum definieren können, dass, äh, hier weiter produziert wird. Jetzt kommen in zwei Stunden kommen auch noch jede Menge Gefangene hier rein. Alter Schwede. Ja, hier geht alles ein bisschen drunter und drüber. Momentan. Irgendwie. Das Chaos ist perfekt. Und einen Typ haben wir hier. Der, der kriegt irgendwie gar nichts. Ich würde mal sagen, das ist unser Escape da. Boah, wie viel Material ihr hier angeliefert habt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, komm, mach dieses Gebäude fertig. Bitte, mach dieses Gebäude fertig. Bitte, bitte, bitte. Hopp. Alle raus da. Abschließen. Na, machen sie die Mauer weg. Das darf nicht wahr. Ich wusste, irgendwas ist immer. Machen sie hier die Mauer weg. Ja, komm, ist gut. Da sind aber auch Deppen, ey. Wie man es macht, ist es verkehrt. Die Mauer hat Geld gekostet, die sie eingerissen haben. Dürfen wir nämlich jetzt komplett wieder neu aufbauen. So, und jetzt müssen wir im Deployment, müssen wir doch Jobs vergeben können. Das kann nicht sein, dass das ein Raum ist. Hallo. Was habt ihr denn geraucht? Rooms, hallo. Ach, Autosave. Workshop. Äh, alles, äh, weg. Und, äh, weg. Und überhaupt alles weg. So, jetzt machen wir neue Workshops. Nämlich den hier. Und den hier. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Na, wieso denn nicht? Herrgott, Sakrament, nochmal, wieso denn nicht? Kann doch nicht sein. Wollen wir mich verscheißern? Das sind doch extra Räume. Und das haben wir hier Türen drin. Dann bauen wir einfach mal alle Türen aus. Ich will das jetzt mal wissen. Die lassen wir drin. Die müssen produzieren. Die müssen definitiv produzieren. Ich kann mir das nicht leisten, dass die da jetzt nichts produzieren. Hallo, ich habe da nicht umsonst zwei Werkstätten hingebaut. Wenn die jetzt nichts produzieren, dann kriege ich die Krise. Ich habe da nur angebaut. Kann doch nicht wahr sein, dass die deshalb hier komplett gleich alles einstampfen. So, dann sind wir mal gespannt, dass jetzt was bringt, wenn ich das dann neu definiere. Jetzt macht hin und baut da Türen ein. Also ich kriege echt noch die Krise. Jetzt tragen die die Türen weg, anstatt sie dann wieder einzubauen. Hier oben gibt es einen riesen Stau. Oh, was hat denn der da für ein Problem? Hallo. Geht da mal hin und ladt das... Gucken, ob das jetzt irgendeiner rafft und mal richtig macht hier. Den Ding genau. So, zack, jetzt geht es hier auch mal weiter. So, Staube oben. Wer rennt hier? Visitor, Visitor. Okay. Das Lager läuft über. Wir haben keinen Platz mehr. Wir haben im Lager keinen Platz mehr. Die finden Scheren, die finden hier alles. Das ist echt unglaublich. Jobs. Ach, endlich. Jobs. 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 Macht hin. Ist aber auch ein Drama hier. So. Gefängnis läuft wieder. Panik einstellen. Acht Gefangene kommen in circa, keine Ahnung wie viele Stunden. Ich will nicht, dass da einer wegläuft. Kann den da mal einer wegholen? Ach Leute, das ist ja das Chaos-Boa. Wo sind die ganzen Gefangenen? Was war das für ein Geräusch? Löffel gefunden. Hm. Gott, die bringen jede Menge Scheiße hier rein. Die ich gar nicht hier drin haben will. So, und hier geht die Metallkarawane weiter. Oh, bitte, 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 bitte Leute, bitte. Der scheint entlassen, oder? Ja, der ist released. Was ein Glück. Ich habe schon gedacht, das ist der nächste, der uns wegrennt. Warum bringen die die Gefangenen denn hier durch, wenn da keine Sicherheitsschleusen sind? Ich verstehe es nicht. Was hat er denn da gefunden? Eine Rasierklinge, oder was? Hm. Schon verrückt, was die alles mitbringen aus den Gefängnissen, aus denen die hierher verlegt werden. So, hier unten geht jetzt der Punk ab. Da müssen wir mal einen hinschicken. Ich will mir das mal angucken, was die hier fabrizieren. Und ob hier richtig jetzt die Post abgeht, ob da richtig Material reinkommt. Das ist cool. So, wir machen die Tür auf. Wir machen die Tür auf. Wir machen die Tür auf. Permanent auf. Und die Tür machen wir auch permanent auf. So, hier wird produziert, bis der Arzt kommt. Das ist auch gut so. Und hier unten wird auch produziert, bis der Arzt kommt. Und dann ist es noch nicht ganz so heftig, wie da oben. Es sind überhaupt genug Personal da. Ja. Sieht mal so aus. In der Küche hilft irgendwie keiner mehr. Keine Ahnung warum. Hier ist auch kein Stuff-only-Bereich. Keine Ahnung. Manchmal will es halt nicht. So, im nächsten Schritt bauen wir das hier als extra Werkstattraum aus. Machen hier einen Workshop rein. Und haben wir drei Riesen-Workshops. Und dann geht hier der Punk ab. Und dieses Metall, das kostet uns jede Menge Kohle. Ja, also. Wenn ich mir das mal angucke, wie viel Kohle wir hatten. Dann haben wir ein bisschen Räume gebaut. Guck mal, wie viel LKWs bringen die denn da mittlerweile? Zwei LKWs. Alter Falter. Das waren mehr, oder? Das waren mehr wie... Ach du lieber Himmel, da kommt ja noch einer. Und die Gefangenen kommen und schleppen das ganze Zeug da runter. Wir haben jetzt vorne drei Polizisten. Ne, vier Polizisten drin stehen. Da haben die nichts besseres zu tun. Was hat der hier für ein Problem? So, manchmal hängen sich so ein paar Mitarbeiter fest, habe ich den Eindruck. Boah, haben die da schon produziert. Boah. Zum Glück funktioniert's, ey. Zum Glück läuft's. Och, die bringen schon wieder Metall. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. So, nichtsdestotrotz. Ich gucke mal schnell hier rauf. Die Needs, die passen eigentlich soweit. Irgendeinen zählen sie mit, der nicht mehr da ist. Wir haben gerade Mittagspause. Deshalb mache ich hier auch mal Pause. Sag, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein. Wenn's heißt Nick Freizock Prison Architekt in der Alpha 12, dann bauen wir hier weiter. Und ich will hier ein Gefängnis machen, was Affen viel Kohle verdienen. Dass wir dann neue Gefängnisblöcke hier anbauen können. Dass wir hier alles verlegen können, was wir hier in der Mitte haben. Und hier, keine Ahnung, großen Besucherraum reinbauen oder sowas. Riesen Visitation Room. Also es wird alles umgebaut, ja. Bei uns wird alles umgebaut. Oh, und da seh ich noch was. Das könnte zum Problem werden. Dafür muss ich jetzt leider Geld ausgeben. So blöd's klingt, aber uns raucht sonst die Power Station weg. Das wollen wir nicht. Weil einen Stromausfall können wir uns jetzt mal gar nicht leisten. Wenn alles geht, das nicht. So, das installieren wir noch flott. Damit uns hier nicht die Hütte wegraucht. So, und schon haben wir wieder Luft nach oben. Das heißt, auch da müssen wir uns langsam mal drauf vorbereiten, dass wir neue Power Stations mit neuen Kapazitatoren da ranbauen müssen. Und um den ganzen Betrieb hier noch aufrecht zu erhalten, brauchen wir jede Menge Strom, jede Menge Wasser. Da müssen wir dann demnächst auch mal für sorgen, dass wir das hier weiter ausbauen. Also massive Umbaumaßnahmen stehen auf jeden Fall bevor. Ich will hier neue Zellenblöcke reinbauen. Ich will hier noch weitere Werkstätten reinbauen. Das hier unten ist erst der Anfang. Ich will die Wäscherei verlegen. Ich will die Kantine verlegen. Wobei, die Kantine können wir auch hier groß machen. Aber die Dusche und Aufenthaltsraum und so weiter könnte man noch verlegen. Könnte man hier eine Holding-Selle rausmachen. Viel mehr Betten reinstellen. Können wir noch viel mehr Überkapazitäten lagern. Also es gibt ein gigantischer Knast auf jeden Fall. So, ich bin auf jeden Fall jetzt erst mal raus. Sag an der Stelle erst mal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt Nick frei zockt. Prissen Architekten der Alpha 12. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.